Duda, was flusterst du da? Fala pra ela. Was denn? Fala pra ela. Er soll sprechen. Honey, você é muito bonita. Oh, danke schon. Er sagt, dass ich sehr schön bin. Danke, danke, Duda. Du bist sehr lieb. Duda, ich denke, das ist Zeit jetzt, dass wir ein bisschen über Ricardo sprechen. Ricardo ist ein berühmter Schauspieler. Er hat schon Teil bei Tatort genommen, Marienhof, den Müller von Tolls. Ricardo, in welchem Projekt arbeiten Sie in diesem Moment? Also im Moment mehr für das Theater. Ich habe jetzt gerade in München die Schöne und das Bist gespielt. So ein Musiker für Kinder. Und wir werden noch mal zweimal spielen dieses Jahr. Also geplant bis jetzt. Und natürlich kommt wieder mein portugiesisches Theater, der Teatro Brasileiro de Monique. Wir spielen dann ab Oktober, November. Ja, ich würde sagen, Sie haben eine portugiesische Insel in München aufgebaut, ihr Teatro Brasileiro. Sie übernommen viele Theaterstücke von anderen Leuten, aber Sie schreiben auch Theaterstücke. welche ist der nächste Stück geplant? Also nächstes Stück ist von mir. Dieses Stück habe ich schon lange geschrieben, aber noch nicht gespielt. Heisst Feuereinbrigada. Es ist die Putzfrau gewesen. Eine tragische Komödie. Also mehr Komödie, sagen wir so. Weil wir spielen gerne Komödie, weil die Brasilianer lieben immer Komödie. Aber du weisst schon, immer ein bisschen Tragödie ist dabei. Gut, ich freue mich. Und du da auch, ne, Rüder? Und Sie haben schon zum Beispiel eine Serie wie der Bule von Tolles mitgespielt von Sat1. Wie ist zur Arbeit mit grossen Stars? Ist es einfacher oder schwerer? Bis jetzt einfach. Ja, ich habe nie Probleme gehabt. Natürlich, ich habe immer kleine Rollen gehabt, zusammen mit den grossen Stars von Deutschland. Aber ich habe nie ein Problem gehabt. Nein, der Otti Fischer war sehr nett. Und ich durfte sogar die Katharina Jakob küssen. Wow. Ich war der Liebhaber von Katharina Jakob von Sabrina. Und das war nett. Das war eine tolle Atmosphäre. Und ja, das mit den beiden. Und die anderen, die ich zum Glück gehabt habe, die ich mitgespielt habe, ja. Zum Beispiel Götz-George oder Senta Berger. Die waren alle nett. Kann man hier in Deutschland als Brasilianer-Show spielen überleben oder muss man ein Multitalent sein wie Sie? Ja. Weil Sie sind auch Synchronsprecher. Genau, sehr schwierig, ja. Ich muss sagen, ja, eigentlich arbeite ich mehr als, wie du sagst, Synchronsprecher, Dublador auf Portugiesisch, oder Sprecher, Locutor. Das sind meine Hauptberufe hier in Deutschland, ja. Gut. Besonders weil, also wenn jemand nicht den Unterschied weiss, also Sprecher ist dann spezialisiert für Dokumentationen oder Imagefilms, Industriefilme, Werbung zum Beispiel, und Synchronsprecher für Lippensynchron, für Fernsehen und Kino zum Beispiel. Und wann kommen die DVDs von Kilegau zum Markt oder kommen sie im ersten Moment nicht? Im Moment nicht, ja. Wir planen natürlich, wir möchten gerne eine DVD Ende des Jahres bringen, aber natürlich brauchen wir Sponsoren. Und das ist wichtig für uns, dass wir dann erst ein paar Sponsoren noch dazu bekommen. In diesem Moment, bezahlt sich Kilegau oder müssen sie von ihrem eigenen Geld investieren, weil alles kostenlos ist? Ja, nein, ja. Naja, also wir haben zum Glück ein paar Unterstützung von Kinderschule Estrelinge und von Deutsch-Brasilienisch-Gutuf-Verein bekommen. Wir haben natürlich ein paar kleine Sponsoren auch, die ich gerne nennen möchte. Mercado Portugais und Lucia Studio und Language World in Stamberg. Natürlich möchten wir noch welche haben, weil wir möchten natürlich gerne diesen Kurs weitermachen. Und wer weiß, vielleicht noch drei oder vier Jahre, oder du da? Ja, wir drücken die Daumen. Wir drücken die Daumen.